Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde GTA 5 Custom Maps und heute mit in der Runde ist der Erdogans Lustknabe. Allerdings ist er nicht mit im Teamspeak oder so. Und wie ihr vielleicht ein bisschen hören könnt, äh, bin ich krank. Deswegen auch kein Stream gestern. Äh, heute wird wahrscheinlich auch keiner kommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich probiere so viel wie möglich aufzunehmen, damit, falls ich wirklich noch kränker werde, ähm, damit dann alles im Voraus produziert ist. Was mache ich hier? Na, ich spiele es beim besten, ne? Ähm. Was mache ich da? Ich habe ein Autoparcours am Start. Gucken wir mal, ob es wirklich so parcourslastig wird. Da oben sehe ich schon einen Wallride mit, äh, Hindernissen. Zumindest so der Gedanke. Diese Kreise da oben. Müssen wir gleich mal gucken, würde ich sagen, ne? Hm. Hoffentlich schafft Erdogan den nicht First Try, aber dafür war der eigentlich zu schlecht bewertet. Eigentlich hat er eine richtig schlechte Bewertung. Ihr könnt das übrigens neuerdings wieder nachgucken, Freunde. Ich mache das momentan eigentlich immer, seit der tausendsten Folge wohl, dass ich den Map-Link dazu packe wieder. So, Erdogan ist noch nicht so weit weg. Also beide First Try jetzt, oder was? Ja, hier. Kann man nur First Try eigentlich? Was? Zu langsam? Oh Gott. Okay, okay, okay. Double Speed nehmen. Labe doch nicht Erdogan, hat's dir. Jetzt habe ich's noch. Okay. Puh, das war doch nochmal knapp. Oh, come on, ich hasse diese Dinge. Ohne Witze. Ah, direkt nächster Fail. Oh Gott. Ich hasse es wirklich, Freunde. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Teile. Ja, ich fall wieder runter. Oh, man muss immer so mega langsam da hoch. Oh, Erdogan ist auch untergefallen. Ja, jetzt läuft's. Oh, der wird's nicht superideal, aber geht noch. Puh. Nein, ganz runter, alles von neu. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen, ja, erkältet klinge. So die Vermutung zumindest. Ich bin nämlich mega erkältet. Von daher sollte das, denke ich, gerade normal zustimmten müssen. Zu kurz? Oh nein, Mann. Komm ich hier nochmal hoch? Ich kann mich nicht mal drehen in die Richtung. Aber, komm. Nein, jetzt rutsche ich da auch noch runter. Ich hätte einfach dann gerade wieder weiterfahren können. Hätte erst geklappt. Ei, 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 ei. Aber dadurch, dass ich krank bin, kommen auch ein paar Videos, die eigentlich geplant waren, ein bisschen verspätet. Ähm, um eine Woche, um neu zu sein. Beziehungsweise ein Video, was geplant war. Nämlich meine Honor Wii 20 Review. Eigentlich wollte ich dafür an diesem Wochenende schön Aufnahmen machen gehen. Tja, daraus wurde jetzt nix. Das muss ich dann nächstes Wochenende machen. Schade. Aber ist für mich auch besser, weil nächstes Wochenende habe ich noch einen Tag mehr frei, weil Rosenmontag ist, da habe ich immer frei. Oh, Erdogan fährt jetzt schon den Dings. Der hat es schon geschafft hier. Oh, nein, das war klar. Ich habe hier noch mit, ich verzehe. Dankeschön. Noch hier hoch, oder? Jawohl. Puh, okay, okay. Ich habe schon einen Randomizer da oben gesehen. Ja, ja, ja. Easy. Okay, das war easy. Jetzt komme ich da nicht mal annähernd hoch, okay. Ich bin auf einmal erster, er hat es auch nicht geschafft, okay. Ich bin auf einmal erster, er hat es auch nicht geschafft, er hat es auch nicht geschafft, er hat es auch nicht geschafft, er hat es auch nicht geschafft. Okay, ich bin auf einmal erster, er hat es auch nicht geschafft, er hat es auch nicht geschafft, ich bin auf einmal erster, er hat es auch nicht geschafft. Jetzt bin ich erster Freunde, läuft doch bei mir. Ich sehe schon Sommerkin flip, alles mögliche da oben, alter Schwede, okay. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Okay, ich hasse diese Dinger. Aber okay. Ah, was mach ich da? Jetzt ist Erdogan auch bei mir. Weißt du schon, was da kommt? Er schafft es easy, oder was? Oh nein, Mann. Ah doch nicht. Nein! Ich hätte unten bleiben können. Oh, so kurz vorm Ziel. Also vorm Punkt, nicht vorm Ziel natürlich. Ach, komm mal. Ach ja, ach ja, Erdogan hat sogar was. Da passt es doch nicht. Ah. Was mach ich da? Freunde. Bei den Dingern bin ich echt mega schlecht. Oh, come on. Come on, come on, come on. Was mach ich da? Komplett brain-off, K. Ach ja, ich weiß, ich bin durch, weil ich halt, ne, ein bisschen krank bin. Aber so durch? Ich bin auch schon gespannt. Ich hör mir das gleich mal selber an, wie ich mich überhaupt anhör. Ich weiß das nämlich momentan gar nicht. Oh, come on. Ich hab mich noch nicht angehört. Aber ich hör mich, glaub ich, an wie so ein gerupftes Eichhörnchen, nur ein bisschen. Nein, beim Letz... Oh, Husten. Oh. Beim Husten tun mir auch die Grippen voll weh, momentan. So weit ist es schon gekommen. Geht doch, ey. Meine Güte. Hat Erdogan das hier auch schon? Alter, Erdogan liegt hier. Was passiert hier? Uh, okay. Das war jetzt nicht so schwer. Den krieg ich den Sommerkünstler. Der war jetzt auch nicht so schwer, muss ich sagen. Ich hab mit was Schwererem gerechnet. Oh, ganz knapp. Okay. Ah. Oh, nein. Ich wär fast drauf geblieben. Okay, okay. Ich muss da gerade drauf springen. Ach, come on. Ein Stück mehr Speed. Nicht viel, aber ein Stück. Ich dachte in der Tat, dieser Vollweiter wird schwerer. Da bin ich ja komplett durchgepaste eigentlich. Jawohl. Ich weiß nicht, warum Erdogan hier Probleme hat, ne? Oh, come on. Oh. Kann man das so? Hä? Wie spawnt der? Wo ist denn das jetzt? Hier, oder? Ja. Ne, kann man nicht. Man muss das echt einzeln machen. Punkt für Punkt. Man spawnt auch immer so falsch rum. Was mal... Warum springe ich überhaupt da hoch? Man kann auch unten gehen. Ach, dieses falschrums Spawn nervt. Man kann auch einfach... einfach zack hier lang. Zack. Und dann... den letzten Sprung. Uh, da kam noch was. Ich dachte, da wäre gar keine Lücke. Aber dann war da noch so eine Lücke. Aber alles easy. Okay, solche nach unten Drops hat man auch selten. Oh, da! Oh, nein! Lol. Ich fliege in den Punkt. Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber... Ich gebe es mit, ne? Was kommt da noch mit Speaks und so? Gucken wir mal. Eieieiei, Freunde. Und da habe ich den Erdogan wohl ein bisschen abgezogen, würde ich sagen. Aber noch bin ich nicht im Ziel. Und da muss ich ein bisschen reingreisen. Kein Problem, wollte ich sagen. Dann wurde es doch ein bisschen zufrieden. Okay, da unten ist... Ist da was im Weg? Ne, das ist mir der Schatten vom Baum. Das ist easy. Jetzt muss ich wahrscheinlich gar nicht so weit. Oh doch, man muss schon ein ordentliches Stück. Komme ich da über dran? Ja doch. Zu weit vielleicht sogar, oder? Ah! Genau rein. Perfekt! Ich würde sagen, Freunde, wir gucken noch kurz Erdogan zu. Dem Erdogans-Lust-Knaben. Ja, jetzt sind wir noch bei dem Jump. Der hat ihnen das Genick gebrochen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, noch einen schönen Tag. Hau da rein. Ciao. Kakao mit V. Ciao.